ich habe ein gutes gefühl ja genau hat sie nicht gehört ja das ist doch super ich habe so ein ungutes gefühl genau alter hat es bei dem oder was dann die waffen jetzt mal gucken wir schon wieder raketenwerfern schlechter diesmal ich die ein was auch so ja er will die klicken durch komplexe das ist ja die irgendwo hinführen ach so verstehe einfach ein bisschen an hätten ich weiß aber der andere hatte den schützschritt deswegen deswegen das gut wenn ich das so machen machen ich halte es schon hier in der mitte nach hinter mir bei mir schau denn es stirbt also fülle ich ab ja im hinterherkontriken alter hier frist die kanaten ganz ehrlich du willst ein bad ass sein und stein und stein 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 feuer 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 stein 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 ich hätte gern säure panzerfaust w tf installiere hier granate ich hab kein bock auf euch ich hab keinen bock kommen wir noch mehr hier aus den ecken übergekommen er müsste jetzt wieder zurück und wir müssen dadurch okay hier ich hab keine granaten mehr okay einfrieren einfrieren ja das ist wenn man diese trinken alter ernsthaft hier auch gib mir bitte doppelwaffen die können eis nicht ab die dinge ist das geile ich komme granate ja toll dann geht das mit mit dem steine waren es sich nicht auf jeden fall genug sechs stück oder halt da noch mehr waren eben sechs stück mit einmal oder so ich bin der mann ich bin 39 ich habe 41 habe mit 0 gestalten mit einem habe ich gestartet 40 stück wieder alter können alle verkaufen meine ganz pistolen sind alle besser dann jeder zwei zum verkaufen hier ist noch eine kiste ist aber nun ist aber hier aus kitzen nimm du das beste ich kann kein wenig keins gebrauchen aber okay ich wollte gerade sind mit den lesen erhöht die schaden das und die feuer hat okay gucke ich mir mal eben an kann sein dass es vielleicht besser ist aber ich glaube nicht ich probiere das mal aus kann ich verkaufen kann ich verkaufen kann ich verkaufen kann ich verkaufen was haben wir hier heute war von fernschwein die das ist gar nicht mal so schlecht das war das ich habe immer sauerstoff verbrauchte ja nicht das steckt mich ein was ich dachte gerade alter ich habe gerade sagen die läuft da voll dagegen da wird sie wahrscheinlich noch voll drauf stehen was sie ernsthaft sorgen darum ich glaube recht steht sie so langsam drauf okay ich bin offen dass ich doppelte waffen krieg schon wieder nicht alter die gehen aber schnell da mittlerweile noch als kanaden dazu sind ja du ich habe die monsteine mit einmal 7 ich habe mit einem monstein ich bin nicht gestorben ist das verbuggt